Ich bin hier, ihr Schweinebacken und herzlich willkommen zu Bruce Willis Zock, Battlefield Hardlines Multiplayer. Das wurde sich gewünscht von jemandem, dass ich davon Bruce Willis Zock mache und das mache ich. Warum habe ich dieses Neid grüße? Ja, kurz noch zur Info, Battlefield Hardlines ist absolut nicht mein Lieblingsspiel. Im Gegenteil, es ist eigentlich das Battlefield, das ich am meisten gehasst habe. Ja, ich nehme das mal. Ja, gehen wir mal hier rein. Danke dir, Mann. Habe ich Muni für dich? Nein, habe ich nicht. Pass auf. Bitch. Ah, verdammt. Wenigstens haben wir einen mitgenommen. Der Sorn sollte übrigens so weit stimmen. Ja, ja, ich habe es gesehen, der Typ hat mich umgenietet. Ich muss unbedingt dieses Nightwishen wegpacken. Wozu habe ich das denn? Hör mal auf, so eine Geräusche zu machen, das verwirrt mich. Wir spielen hier übrigens gerade Team Deathmatch. Warte mal. Na komm. Ich muss da hoch. Danke sehr. Hi. Haben wir überhaupt noch Gegner her? Die sind wahrscheinlich einfach alle oben. So. Puh. Ach komm schon, ist das dein Ernst? Hat der gerade eine Mine geworfen oder bin ich hinein reingelaufen? Ich weiß es nicht. Ah, nein, inzwischen. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir? Kletterhaken klingt doch cool. Äh, ja, ich... Zoom. Was? Kann... Kann das wieder weg? Hallo? Hallo? Danke für den Tipp, aber nein. Danke. Wie ist da gerade einer anhand gelaufen? Komm raus, komm raus. Warum immer du bist? Ah, die ist ja verdammt ein Schäge. Was? Bitch. Treffen ist Kunst. Was denn das für ein Roter? Ist das meiner, wenn ich... Ich hab da... Läuft. Ihr seht den Laser aber auch. Wotterfuck. Wo kommt denn der her? So, pass auf. Der Typ wird wieder da oben sein. Etwa auf dieser Höhe. Da. Komm schon. Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Und dann hat er auch noch ein... Ein Infrarotvisier. Ey. So. Wo sind denn die kleinen Schweinebacken? Backen. Die kleine Schweinebacken. Hallo. Onkel Gruß ist da. Wow. Ach du Scheiße. Was war das denn? Gekommen zu sein? Was? Ich hab den auch noch getroffen. Was ist denn? Die haben alle ihre Schilder auf dem Rücken. Was ist denn los mit denen? Wotterfuck. Bin ich hier im Kindergarten oder was? Heilige Scheiße, Mann. Erstens campen sie... Also am Anfang hatten die alle auf dem Dach gekämpft. Jetzt haben die alle Schilder auf dem Rücken. Und benutzen alle Shotguns. Und ich werde angeschrieben... Bei Steam. Was los? Was los? Ha? Dein Scheißschild hat mir das wohl in Scheiß gebracht. Was? Ja, Mann. Gute Idee, Arschgesicht. Oder was hat er gesagt? Ich bin kein Arschgesicht. Aber die Idee war super. Pass mal auf jetzt. Jetzt bin ich sauer, ja? Jetzt bin ich angepisst. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn doch laufen gehört. Dann bin ich... Dann habe ich richtig geguckt. Scheiße. Das war immer noch nicht gelorten. Oh, ist er geladen. Na dann, guckt mich den Revolver an. Heilige Scheiße. Ah! Das... Ich habe ihn direkt an meiner eigenen Spucke verschluckt. Heilige Scheiße. Wo kam der her? So. Verkacken ist hier. Wahrscheinlich Standardprogramm. Aber nicht, wenn ich das hier habe. De-de-de-de-de. De-de-de-de-de-de. He is a robot. He is a cop. He is a Robo-cop. Was ist denn los hier? Oh, Scheiße. Nein, nein, nein. Ah, verdammt nochmal. Verdammte Scheiße. Mein Gott, was ist los mit meinem Aim? Verdammt nochmal. Soll ich doch besser. Der Heini 215, verdammt. Verdammter Heini, ey. Ich will nicht mehr in den Knast. Du gehst nicht in den Knast. Die sind nicht hier, um dich festzunehmen. Die sind hier, um dich zu kehren. Holy shit. Das ist wahrscheinlich die Dummste der Idee. Was? Scheiße. Würdest du nur noch auf den schießen? What the fuck? Scheiße. Aua, 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 aua. Feuer. Heiß. Ungesund. Tod. Ist doch geil, oder? Ach, leck mich da am Arsch. Was ist hier los? Warum reiß ich nichts mehr? Scheiße. Verdammt. Au. Verdammt. Verdammt. Get wrecked. Alter, was? Wrecked? Und da ist so ein komischer Barbar. Der Yanni-000-00-2. Hübsch, hübsch, hübsch. Sport-Version einer Glock 17? Ich hab's gerade nämlich gelesen. Hab ich definitiv an der Sport-Version von irgendwas. Auf jeden Fall von der Glock. Ja, das... Ich sehe das. Verdammt. Wow. Das hat ja echt was gebracht, Mann. Das war ja mega hilfreich. Jetzt haben wir keine Knacken mehr. Scheiße. Da steht er irgendwo ein Sniper. Ach, komm schon. Oh Gott. Mensch. Genau hab ich. Aua. Aua, 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 aua. Okay, nachladen, nachladen, nachladen. So ist fein. So ist fein. Feiner Bruce. Was zum Teufel? Der ist nicht ernsthaft da einfach gestanden und hat auf mich gewartet. Das ist doch nicht dein Ernst. Leck mich doch am Zückerli. Ja, dann... Ich hänge fest. Seriously? Nein, das ist ja nicht. Sonst würde er nicht mehr auf uns schießen. Ah, heilige Scheiße. Leck mich doch am Arsch. Einfach mal mit der Tommy Gun. Hör doch auf, warum lädt er so? Was war das denn? Oh Mann. Oh, verdammt. Telefon. Ich bin gleich wieder da. 2000 Jahre später. Was? Schusswechsel. Warum dauert das Laden immer so verdammt lange? Lol. Man muss das Spiel nur anschreien. Dann geht das schnell. Uh. Hallo, meine Schöne. Ich mag es auch, wie die im Waffeneditor immer mehr glänzen, als eigentlich im Gelb. ein Medikid. Ein Medikid. Das ist schon mal super. Machst du ganz fein, Junge. Ganz fein. Oh, shit. Oh, shit. Vorbei. Ja, ist halb so weit. Er ist nur tot. Ja, man. Simpel am Arsch. Wenn wir sind, sind wir da recht auf dem Dach. Tschüss. Bitch. Assassin's Creed. Mann. Das war geil. Was ist das immer für ein Geräusch? Shudder. Ach, das ist diese verdammte. What the fuck? Immer diese Schilde. Das ist unglaublich. Ich sollte vielleicht ein anderer knarren. Mag sein, dass Schmeiden nicht so viel Power hat. Ja, Burschkin. Komm mal, was ich denn... Hier, den geb ich dir noch mit. Nice. Hör mal auf, diese Geräusche zu machen. Diese Ätzen. Shit. 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 Die Rezeption. Ah, verdammt. Schießt er einfach die Rezeption nieder. Nur weil sie eine Sculptin in der Hand hat. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht einfach die Hand gestellt nieder. Nein. Nö. Aufzug fährt hoch. Oh shit. Wo ist der hin? Bo. Das hat sogar funktioniert. Wunderbar. Das hat sogar funktioniert. Das hat sogar funktioniert. Das hat sogar funktioniert. Er ist erledigt. Was ist denn der? Ist der hier oben? No way. Hier ist er nicht. Na hallo. Aua. Aha, ich wurde angeschossen. Oh. Nein. Nein. Kobi. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Ich dachte... Medic. Ich brauche hier ein Medikin. Medic. Danke dir, Mann. Danke dir, Mann. Was ist das denn für... Hast du gefurzt? Einfach entfahren lassen hier draußen. Ja, ja. So macht man das, was? Hahaha. Das war nur ein Witz. Ha! 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 Hm. Moderne Kunst. Bitch. Einer weniger. Ja, Mann. Einen Dank fürs Zusehen. Und wie immer, hippie, meine Schweinebacken und Martin wünscht euch nie wieder dieses Spiel. Bitte. Das ist wahrscheinlich die letzte, das letzte Video, das ich von Battlefield Hardline machen werde. Es sei denn, ich mache noch ein Sanjay verkackt. Es sei denn, ich mache noch ein Sanjay verkackt. Das hier war Bruce Willis zockt, Bruce Willis verkackt. Und wie immer, hippie, meine Schweinebacken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Bruce Willis. A.K. Sanjay EP. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. Bye.